Werde zu dem, was du sein kannst. Business Alchemie. Der Podcast rund um revolutionäre Methoden, Impulse, Inspirationen und Interviews. Mit dem Schweizer Business Alchemisten und Human Brand Designer Andreas Dudas. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Business Alchemie oder Werde zu dem, was du sein kannst. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Vision. Und zwar möchte ich dir anhand einer sehr inspirierenden Geschichte zuerst erzählen oder zeigen, wie wichtig es überhaupt ist, eine Vision zu kreieren, eine Vision zu leben, Sehnsüchte zu entwickeln, schlichtweg einfach nur zu träumen. Dann möchte ich dir einige Beispiele zeigen zwischen guten und schlechten Visionen und natürlich ganz, ganz wichtig, wie finde ich überhaupt meine Vision, wie kann ich die formulieren. Wie wichtig ist überhaupt eine Vision? Um dies zu illustrieren, könnte ich dir unzählige Beispiele aus meinem Leben erzählen, aber ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, eine ganz kurze Geschichte aus einem Buch zu zitieren. Nämlich aus dem Buch Unstoppable, ein sehr lesenswertes Buch übrigens, mit vielen sehr inspirierenden Geschichten von Mutmachern, die mit Hilfe ihrer Visionen, mit Hilfe ganz, ganz großartiger Ziele, mit Hilfe von Sehnsüchten oder ganz einfach Träumen ihren Weg gegangen sind und letztendlich auch so ein sehr erfülltes, ein sinnerfülltes Leben geformt haben. In diesem Buch Unstoppable von Cynthia Kersey ist die Geschichte von Lexon Kaira niedergeschrieben. Lexon Kaira machte sich 1958 auf den Weg und zwar auf seine größte Reise seines Lebens, wie er in seinem eigenen Buch I Will Try beschrieben hat. Er hatte nur Proviant für fünf Tage, eine Bibel und ein Buch, nämlich die Pilgerreise, zudem eine Axt zum Schutz sowie eine Decke dabei. Er wollte zu Fuß gehen, von einem ganz kleinen Dorf im heutigen Malawi, durch die Wildnis von Ostafrika bis nach Kairo. Und von dort plant er dann, ein Schiff in die USA zu nehmen, um einen Universitätsabschluss zu erhalten. Das Interessante an dieser Geschichte ist, oder an Lexon, war sein Alter. Denn am Beginn seiner Reise war er erst 16 oder 17 Jahre alt. Seine Mutter und er wussten das nie genau, weil es gar keine exakte Geburtsurkunde gab. Und seine Eltern waren Analphabeten und wussten nicht einmal, wo Amerika ist. Aber sie gaben ihrem Sohn schweren Herzens die Erlaubnis, sich auf diese lange Reise zu machen. Die Reise war für Lexon das Resultat einer ganz, ganz großen Vision, die er schon früh in seinem Leben hatte. Nämlich eines Traums, in dem er eine Ausbildung machte. Und er wollte mit dieser Ausbildung seinem großen Helden Abraham Lincoln folgen, der aus sehr armen Verhältnissen zum Präsidenten von Amerika aufstieg und sich gegen das Sklaventum in den USA einsetzte. Er wollte auch wie Booker T. Washington sein. Dieser war einer der ganz großen amerikanischen Reformer und Lehrer, der sich für die Sklavenbefreiung stark machte und den Schwarzen in Amerika wieder Hoffnung und Würde gab. Und wie seine beiden großen Vorbilder wollte Lexon der Menschheit einfach nur dienen, um so einen Unterschied in der Welt zu machen. Und um dieses Ziel zu realisieren, benötigte er zuerst eine Ausbildung. Und er wusste und er spürte das, basierend auf seiner Vision, dass ein guter Platz hierfür Amerika sei. Er hatte nicht viel Geld für diese Reise, weder für die Schiffspassage noch für das Studium. Und er hatte schon gar keinen Pass oder ein Visum. Und er hatte nicht einmal eine Vorstellung davon, an welcher Universität er studieren würde. Aber seine Vision, und das sehen wir hier in diesem schönen Beispiel, trug ihn einfach auf diesen Weg. Cairo war ganze 4.500 Kilometer weit entfernt. Man muss sich das mal vorstellen. Also keine Rede von öffentlichen Verkehrsmitteln, Flugzeugen und eben das Geld hatte er überhaupt nicht dazu. Er musste sich, um auf diese lange Reise, diese auf den Weg zu machen, musste das ganze Land durchqueren, welches von unzähligen Stämmen und mehr als 50 Sprachen geprägt war. Lexon selbst kannte nur seine eigene Sprache, aber fokussierte sich immer wieder auf sein Ziel, nämlich in Amerika anzukommen und das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Nach fünf Tagen Wanderung hatte er gerade mal 50 Kilometer zurückgelegt. Und er hatte nichts mehr zum Essen und zum Trinken, kein Geld und es lagen immer noch 4.450 Kilometer vor ihm. Es schien also absolut unmöglich zu sein, diesen Traum, diese Reise erfolgreich durchzustehen. Und er fing natürlich an zu zweifeln. Aber zurückgehen wollte er auch nicht und in diesem Moment schwor er sich selbst, ich werde nicht aufhören, bis ich in Amerika bin. Er ging also weiter. Lexon schlief dann im Freien, ernährte sich von Früchten, Beeren, essbaren Pflanzen. Er wurde immer dünner und schwächer und bekam schliesslich Fieber und wurde schwer krank. Und freundliche Menschen behandelten ihn dann mit Kräutermedizin und gaben ihm einen Platz zum Ausruhen und Schlafen. Er überlegte sich immer wieder, ob es nicht besser sein würde, wieder nach Hause zu gehen. Und diese verrückte Reise wirklich abzubrechen. Er las dann in seinen Büchern, die er dabei hatte, diese Bibel und die Pilgerreise, und bekam wieder Mut und Vertrauen und setzte seine Reise fort. Nach 15 Monaten erreichte er im Januar 1960 Kampala, die Hauptstadt von Uganda. Und er hatte sich körperlich wieder einigermassen erholt und blieb dort vor 6 Monaten, damit er in verschiedenen Jobs etwas Geld verdienen konnte. Jeden Abend ging er zum Lesen in die öffentliche Bücherei. Dort fand er ein illustriertes Adressenbuch amerikanischer Universitäten und sah dann plötzlich eine, die ihn an seine Heimat erinnerte, nämlich die Skagit Valley University in Mount Vernon im Bundesstaat Washington. Lexington hatte zum ersten Mal jetzt ein konkretes Bild von dieser Universität und wohin ihn seine Reise wirklich führen sollte. Er schrieb sofort an den Dekan der Universität und erklärte ihm seine Situation und bat stinkfrech um ein Stipendium. Der Dekan war von Lexons Geschichte so beeindruckt, dass er ihm nicht nur ein Stipendium zusagte, sondern ihm auch noch einen Job anbot, damit er sich Unterkunft und Verpflegung verdienen konnte. Also ein erster wichtiger Schritt war jetzt geschafft, aber es gab dann noch ein ganz viel grösseres Hindernis zu überwinden, nämlich er braucht einen Pass und ein Visum. Und dazu braucht er eine Geburtsurkunde. Und noch schlimmer, um ein Visa zu erhalten, benötigte er auch ein Hin- und Rückflugticket in die USA. Er nahm also wieder seinen ganzen Mut zusammen und schrieb den Missionaren, die ihn seit seiner Kindheit unterrichtet hatten, und sie halfen ihm dann, seinen Pass zu bekommen, aber immer noch fehlte ihm das Geld für das Flugticket. Und jetzt geschah etwas Unglaubliches, nämlich unbeirrt von dieser Tatsache setzte er seine Reise nach Kairo fort und er sagte sich, irgendwie werde ich einfach dieses Geld für dieses Ticket zusammenkriegen und er war sich so sicher, dass er sogar sein letztes Geld für ein paar neue Schuhe ausgab. Monate vergingen und was passierte? Das ist eben auch die Kraft einer solchen grossartigen Vision. Immer mehr Leute erzählten von dieser Vision. Immer mehr Leute hörten von Lexon, auch in den USA, an dieser Universität. Und die Studenten fingen an, Geld zu sammeln für ihn. Und jetzt kannst du dir selbst vorstellen, was dann passierte. Die haben genug Geld gesammelt, um ihm dann dieses Ticket zu kaufen, sodass er in die USA reisen konnte. Was geschah dann? Im Dezember 1960, also zwei Jahre nachdem er sich auf den Weg in die USA gemacht hatte, kam er in das Cagat Valley University in den USA an und er begann dort zu studieren. Er machte dann einen Abschluss und wurde später Professor für Politikwissenschaften an der Cambridge University in Großbritannien. Also du siehst, das ist eine unglaublich inspirierende Geschichte, die zeigt, wo steckt die Kraft drin, wo steckt die Kraft einer Vision. Und ich sage es in vielen meiner Berufungsseminaren und zu Klienten immer wieder, träume, was das Zeug hält. Sei einfach verrückt, sei mutig. Kümmere dich nicht darum, was andere Menschen von dir halten, weil das große Problem, die Schwierigkeit ist, dass wenn wir unsere Vision erzählen, dass dann, es gibt immer wieder Leute, auch gute, gute Freunde, die wollen ja nur das Beste von uns und die sagen dann, nee, das wirst du nie erreichen und bist du wahnsinnig und das kostet dich zu viel Geld und da wirst du einen Misserfolg erleiden und das schadet deinem Selbstvertrauen. Also da kommen hunderte von Ausreden, die dich daran hindern wollen, deinen wahren Träumen, deinen Visionen zu folgen. Aber dann gibt es auch ganz andere wunderschöne Geschichten. Also ich habe seit Jahren eine große Vision, nämlich ich möchte einen Film drehen über Menschen, die mit praktisch null Mitteln ihre Berufung finden und auch glücklich leben und das irgendwo auf der Welt. Ich habe schon ein klares Bild, wie ich um die Welt reise und Dutzende von Menschen interviewe und einen sehr inspirierenden Film drehe, nämlich zum Thema das menschliche Glück. Und ich habe auch heute noch keine Ahnung, wie ich überhaupt an Filmproduzenten komme, wie ich ans nötige Kapital komme, wie ich an Menschen komme, die mir auch mit der nötigen Qualität einen guten Film produzieren können. Und es ist unglaublich, seit ich angefangen habe, über diese Vision zu erzählen, kommen immer mehr Menschen in mein Leben, die sagen, hey, super, ich möchte da mitmachen, kann ich dich unterstützen. Und ich habe innerhalb von sechs Monaten schon drei Filmemacher getroffen, die dieses Projekt gerne ausführen möchten. Also du siehst, keine Angst davor zu haben, deine Vision zu erzählen, deine Vision weiterzutreiben und dann auch wirklich daran zu glauben und ständig zu visualisieren. Was für die persönliche Vision gilt, gilt auch für eine unternehmerische Vision. Ich höre immer wieder verschiedenste, die sie immer sagen, also weisst du, Andreas, Vision, das ist für Menschen, die so eine Krankheit haben. Also wir sind nicht hier zum Träumen, aber ich muss sagen, zum Glück begreifen immer mehr Unternehmen, wie wichtig es ist, nicht nur die Vision, irgendwie auf eine Webseite zu schreiben, dass es ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern die Vision zusammen mit ihren Mitarbeitenden zu entwickeln, sogar mit ihren Kunden zu entwickeln, um dann dieses großartige Bild für den Nutzen von anderen Menschen oder einer Sache in die Welt hinauszutragen und das Feuer in Menschen zu entfachen. Und ich habe erst letztendlich durfte ich ein Unternehmen begleiten in der Organisationsentwicklung und der SIAO hat zusammen mit seinem ziemlich großen Führungsteam von fast 20 Leuten eine wunderbare Vision kreiert. Und da hat sich gesagt, ich möchte meine Industrie, wo ich drin bin, revolutionieren und die Menschen in meinem Umfeld noch viel, viel glücklicher sehen. Diese Vision ist so inspirierend, dass mit einfachen Worten jetzt auch die Mitarbeitenden begreifen, wo sich das Unternehmen hinbewegen will. Vor einigen Jahren habe ich ein Startup betreut, die One Bank for All. Der Gründer der One Bank for All, Christian Heiner, war auch einer der Mitgestalter der Alternativen Bank Schweiz. Und dann eines Tages hat er sich gesagt, ich möchte wieder was Neues aufbauen. Ich habe so eine Vision. Und zwar ist mir aufgefallen, dass mehr als zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten keinen Zugang zu einem kostenlosen oder keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Und er sagte sich, um die Armut wirklich zu bekämpfen, gibt es eigentlich nur eine Lösung, nämlich dafür zu sorgen, dass diese Menschen ein Bankkonto erhalten. Denn du weißt es besser als ich, ohne Bankkonto kannst du kein Geld empfangen, du kannst keine Rechnungen zahlen. Also es ist auch schlichtweg unmöglich, sich ein Unternehmen zu gründen oder sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Und ganze zwei Milliarden Menschen haben anscheinend noch kein Bankkonto, weil sie es sich nicht leisten können. Also hat er sich zur Vision gesetzt, jeder Mensch soll Zugang, einen kostenlosen Zugang zu einem Bankkonto erhalten. Und er hat dann angefangen, diesen Startup zu gründen, gemeinsam mit der Blockchain-Technologie auch sicherzustellen, dass Geldtransaktionen in Echtzeit erfolgen können und über die entsprechenden Transaktionsgebühren dann auch diesen Startup finanzieren konnte. Und seine grossartige Vision für das ganze Team und alle, die mitmachen wollen, die lautete dann Empowering the Lives of 2 Billion People at the Speed of Light. Also das heißt, das Leben von zwei Milliarden Menschen einfacher, besser zu gestalten und das in Lichtgeschwindigkeit. Warum Lichtgeschwindigkeit? Eben genau aus dem Grund, weil er mit der Blockchain-Technologie diese Echtzeittransaktionen erstellen oder gewährleisten will. Und in der kürzesten Zeit, es ist unglaublich, es ist ja ein Startup und viele kämpfen ja mit der Finanzierung, aber in der kürzesten Zeit hat er dank dieser Vision unglaublich viele Menschen an sich gebunden, die ihn unterstützen, Experten, die ihm helfen, jetzt auf diesem Weg diese grossartige Vision oder diesen Traum entsprechend zu erreichen. Also ich bin überzeugt, die Vision ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um entsprechend unternehmerischen Erfolg auch zu gewährleisten. Und es ist interessant, John P. Cotter hat, das ist ein renommierter Harvard-Professor, der sehr viel zum Thema unternehmerische Veränderung, also Change Management auch schreibt, hat schon in einem seiner Bücher 1992 eine Untersuchung, eine gross angelegte Studie durchgeführt und hat herausgefunden, dass visionäre Unternehmen viermal mehr Erlöser wirtschaften, siebenmal mehr Arbeitsplätze gestalten, achtenhalbmal mehr Profitzuwachs haben und einen zwölffachen Anstieg des Börsenwertes haben. Er hat diese sogenannten visionären Unternehmen verglichen mit Unternehmen, die zwar auch erfolgreich sind an der Börse, aber keine Vision hatten. Und dazu gibt es noch viele, viele Studien, die einfach zeigen, wie die Vision ganz wichtig ist, auch die Energie im Unternehmen und der Menschen, der Mitarbeitenden zu mobilisieren. Dann gibt es natürlich wunderschön andere Beispiele, wie zum Beispiel John F. Kennedy, der schon anfangs der 1960er Jahre gesagt hat, wir stehen am Ende des Jahrzehntes auf dem Mond und viele haben daran gezweifelt, man hatte überhaupt nicht die Ressourcen, die Rohstoffe, die Mittel, die technischen Möglichkeiten, sich das überhaupt vorstellen zu können, wie man das schafft, aber was entstand? Eine riesen Industrie, nämlich die NASA, die dann mit Vollgas anfing daran zu arbeiten und interessant, ich meine, du weisst das, 1969 dann erfolge die erste Mondlandung, interessant ist auch, dass die Mitarbeitenden, die direkt bei der NASA arbeiteten während dieser Zeit und für dieses große Ziel kämpften, dass die viel gesünder waren, dass Alkoholprobleme verschwanden, dass Raucherprobleme verschwanden, das ist unglaublich. Und nachdem sie dieses Ziel erreicht hatten, sind viele dieser Probleme wieder aufgetaucht. Also das zeigt doch, wie die Vision energetisch sehr, sehr viel erreichen kann und deshalb wieder einmal mehr ermutige ich dich, eine große Vision zu kreieren, zu träumen, den Mut zu haben, deine Bilder, deine Impulse, die spontan, ja vielleicht sogar täglich, dir in den Sinn kommen und aus dem Herzen sprechen, diese aufleben zu lassen. Dann gibt es eben auch Beispiele leider, die keine Visionen sind. Da kannst du verschiedenste Webseiten von verschiedensten Unternehmen konsultieren. Ich habe mir nur ein, zwei Dinge rausgeschrieben, zum Beispiel so ein Unternehmen, das sagt, unsere Vision ist, wir wachsen bei gleichbleibender Rendite doppelt so schnell wie der Markt. Das ist keine Vision, das ist ein Ziel. Das ist nicht etwas, das belebt, das anfeuert, das sogar eben diesen Gänsehautfaktor bringt. Oder eine andere Vision, wir streben die beste Leistung an für Kunden, Kaufleute, Mitarbeiter. Es tut mir leid, wenn ich so krass bin, aber das ist für mich ein sogenannter No-Brainer. Also es ist absolut keine Vision, sondern, also die beste Leistung für Kunden, Kaufleute, Mitarbeiter, die muss heute jedes Unternehmen bringen, sonst bist du eh weg vom Fenster. Jetzt ist die grosse Frage, wie finden wir überhaupt eine Vision? In meinen Workshops erlebe ich es sehr oft, dass dann die Menschen zu mir sagen, also weißt du, Vision, du kannst ja groß träumen, du hast vielleicht diese Gabe oder Fähigkeit, mir fällt einfach nichts ein. Und die fangen dann irgendwie so zu denken, okay, meine Vision, was könnte das sein? Ja, ich möchte mal ein schönes Häuschen oder ich möchte eine Familie, die gesund ist und so weiter. Es ist keine Vision. Also was sollte eine Vision beinhalten? Eine Vision kommt immer vom Ich weg zum Wir. Also die Frage ist, wie kann ich mit meiner Leidenschaft, mit meinen Talenten, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Kompetenzen für andere, für eine Sache, für ein Lebewesen, auch Tiere, für Menschen etwas bewegen. Ich möchte dir kurz noch aufzeigen, was ist so der Unterschied zwischen einer Vision und einem sogenannten Ziel. Also die Vision zeichnet sehr oft ein ganzheitliches Bild der Zukunft. Es ist so quasi der ganze Himmel. Und ein Ziel konzentriert sich sehr oft nur auf einen einzelnen Aspekt der Zukunft. Das heisst, man betrachtet zu dem Himmel den Horizont wie durch einen Trinkhalm. Dann die Vision ist eine Idealvorstellung. Die Werte, unsere Werte sind darin verwirklicht. Und es enthält einen Nutzen für andere, während das Ziel nicht unbedingt etwas mit Werten zu tun haben muss und auch keinen Nutzen enthalten muss. Die Vision ist sehr herausfordernd, ein großer Traum, eine Sehnsucht und ein Ziel muss absolut nicht herausfordernd sein, sondern sehr sachlich, klar formuliert. Die Vision ist ein lebendiges, geistiges Bild und wird innerlich erlebt, als ob es schon wahr wäre. Also sich in diese Situation hineinversetzen, wie wenn es schon passiert wäre. Und bei der Vision ist der Weg sehr oft bekannt. Bei den Zielen sehr oft sieht man schon einen möglichen Weg. Jetzt die grosse Frage ist natürlich immer wieder, wie finden wir Vision? Wie können wir diese gestalten? Es gibt Menschen, die sind in einer sehr glücklichen Lage, die haben ständig Impulse, die träumen, da kommen Sehnsüchte hoch, da sind Visionen für die, die sind sehr kreativ, Vision kein Problem. Vielleicht gehörst du zu dieser Kategorie. Wenn nicht, kannst du auch dir ganz bewusst Fragen stellen, basiert auf dem, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, nämlich mit deinen Leidenschaften, mit deinen Talenten, grossartiges für andere Menschen bewegen. Das ist ja die Frage. Und weitere offene Fragen, die du dir stellen kannst, damit solche Bilder entstehen können, sind zum Beispiel, was und mit wem oder für wen will ich mit meinen Talenten oder mit meiner Leidenschaft zum Beispiel beglücken oder dienen? Dann für welche Zielgruppe möchte ich gerne arbeiten? Welche Werte möchte ich gerne leben? Für welche Dinge, Sachen, Lebewesen möchte ich etwas bewegen? Und dann eine ganz, ganz kritische Frage, da geht es auch um dein Vermächtnis, das, was du in der Welt hinterlassen möchtest. Was würde der Welt fehlen, wenn es dich morgen nicht mehr gäbe? Das ist zum Beispiel eine Frage, die mich extrem aufgerüttelt hat, als ich das zum ersten Mal realisiert habe. Was würde denn der Welt fehlen, wenn es mich morgen nicht mehr geben würde? Und das hat mich gezwungen, über meine Werte ganz, ganz intensiv Gedanken zu machen. Es hat mich gezwungen, mir Gedanken zu machen, was möchte ich denn der Welt hinterlassen? Wo möchte ich meine Spuren hinterlassen? Es hat mich auch aufgerüttelt, mir Gedanken zu machen, welches sind meine Talente? Was kann, was wurde mir mitgegeben in diesem Leben, um anderen Menschen oder einer Sache zu dienen? Und was wäre eben, wenn das morgen fehlen würde? Auch das kann dir helfen, diese Bilder, diese Vision zu kreieren. Die Visionen, die entspringen auch sehr oft aus der Berufung, also eben Werte, das habe ich in einem anderen Podcast bereits erwähnt, die Werte, deine Talente, deine Leidenschaft, eben dieses Begeisterungspotenzial, das sind alles Eckpfeiler, mögliche Eckpfeiler deiner Berufung, auch die Zielgruppe. Also wenn du sagst, ich möchte gerne mit Kindern zusammenarbeiten und dort mein künstlerisches, zeichnerisches Talent einbringen, dann springen sofort entsprechende Bilder hoch und dann entstehen eben diese sogenannten Visionen. Wie kannst du deine Vision noch finden? Tu einfach das, was du sehr gerne tust. Also geh, begib dich in deine Leidenschaft, weil die Leidenschaft, und wenn du Dinge tust, die du eben gerne tust, dann begibst du dich automatisch in eine Umgebung, wo sich diese Energie anfängt zu manifestieren. Lass dich von deinen Interessen inspirieren, also lies irgendwelche Bücher, schau Filme, die dich inspirieren, dann kommen auch entsprechende Bilder hoch. Und nochmals zum Wiederholen, es geht immer um das Wir und nie um das Ich. Also du stellst mir deine Talente in den Dienst anderer, deine Leidenschaft in den Dienst einer Sache und dann erbringst du in diesem Sinne einen Nutzen, einen Mehrwert oder eine Freude, ein Glück für andere Menschen oder eben eine Sache und dann kommst du deiner Vision entsprechend auf die Schliche. Was ich auch noch festgestellt habe, wichtig, viele sprechen ja von Affirmationen zum Beispiel und man soll auch Vision Boards machen und so weiter. Was ich festgestellt habe, man kann keine Bilder erzwingen. Also ich kann mich gut erinnern, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe mit einigen indischen Geschäftspartnern. Wir waren da in der Solarenergie, im Solarenergieumfeld tätig und dann habe ich mir immer versucht, krampfhaft vorzustellen, wie sieht eigentlich mein Zukunftsbild mit diesen Geschäftspartnern aus. Ja, ist das ein Riesenunternehmen, mit vielen Hunderten von Angestellten haben wir schon tausende von Solaranlagen gebaut und was unglaublich interessant war, ich habe nie Bilder gekriegt. Ich bin ein sehr visueller Mensch, arbeite sehr stark mit Bildern, auch in meinen Vorlesungen zum Beispiel, wo die Studenten eben Bilder sagen, ja mehr als tausend Worte, aber merkwürdigerweise, bei diesem Unternehmen ergaben sich einfach keine Bilder und auch keine Emotionen. Ich sah nie meine Geschäftspartner in diesem Bild und was passierte? Nach 18 Monaten waren wir bankrott und wir trennten uns und das Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Also diese Bilder, diese Visionen, die müssen automatisch kommen. Laufen übrigens in die Natur gehen, dich inspirieren zu lassen, Naturcoaching zum Beispiel, eignet sich auch sehr gut, um wieder in Verbindung mit deiner inneren Mitte zu kommen und eben diese Vision aufzuspüren. Wie kannst du diese Vision dann visualisieren? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, es gibt diese Vision Boards, es gibt diese Vision Maps, du kannst sie aufmalen, aus Zeitungen Bilder ausschneiden, Fotos selber machen, es gibt schon entsprechende Softwarelösungen dazu und so weiter. Ich mache es ganz einfach. Mir ist die Arbeit, Dinge auszuschneiden oder zu malen, die ist mir zu mühsam, zu aufwendig. Und was ich dann mache, ist nichts anderes als, ich schreibe mir ganz spezifische Stichworte auf, wo ich mir zum Beispiel sage, Referat, Singapur oder Film, Weltreise, dann kommen sofort diese Bilder, dann sehe ich diese Bilder aufpoppen und dann habe ich immer so ein kleines Kärtchen dabei, wo dann die Vision aufgrund dieser verschiedenen Stichworte aufgeschrieben ist. Ich bringe es nochmals auf den Punkt, wie findest du deine Vision? Stell dir einfach eine Frage, wie sieht eine perfekte Welt aus, in welcher ich meine Talente mit Spass und Freude sowie persönlichem Erfolg in den Dienst von Menschen, Tieren oder einer Sache, der Umwelt zum Beispiel, einsetze und frage dich auch, warum will ich das tun? Also die berühmte Sinnfrage. Und dann eben vom Ich zum Wir. Wenn du diese Frage dir mal so stellst und anfängst zu beantworten, dann bin ich überzeugt, werden sich so langsam, langsam die Kernelemente einer wirkungsvollen Vision zusammenfügen. Zuallerletzt möchte ich dich ermutigen, die Beispiele haben es gezeigt, wir werden auch in weiteren Podcasts, werde ich dir noch einige Mutmacher vorstellen mit grossen Visionen. Lass deinen Träumen freien Lauf, mal deine Visionen auf, mach ein Mindmap, arbeite mit Stichworten, egal was und habe den Mut zu träumen. Denn so lebst du deine Berufung für eine bessere Welt. Und das ist meine persönliche Vision, eine Welt, in der alle Menschen ihre Berufung mit Freude, Erfüllung und viel Erfolg leben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Das war eine Folge von Business Alchemie. Der Podcast, der dir hilft, zu dem zu werden, was du sein kannst. Mehr Informationen über Andreas findest du auf www.andreasdudas.com www.andreasdudas.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017